Vorher begrüße ich hier gleich eine Frau zum Thema, zu dem Thema, wie wichtig es ist, MS auch als progressive Erkrankung wahrzunehmen und anzunehmen. Und da ist sie schon, Frau Dr. Daniela Rau. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Expertenwissen dazu beitragen, diesen Livestream hier noch aufklärender zu machen und hier noch mehr Informationen rauszuziehen. An dieser Stelle, ich werde nicht müde, es zu sagen, hier unten ist eine Chatbox. Ihr könnt natürlich auch unseren Experten alle Fragen stellen, die ihr so habt. Frau Dr. Rau wird gleich einen Vortrag halten. Da werden bestimmt viele Fragen aufkommen. Aber jetzt, Sie sind schon so lange im Bild, jetzt muss ich erst mal sagen, hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Karpenthal. Schön, Sie zu sehen und schön auch natürlich ein hauptsächliches Hallo an alle, sage ich jetzt mal, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich heute eingewählt haben für die heutige Veranstaltung. Schön, wieder dabei zu sein bei dem Geburtstagssymposium. Es freut mich wirklich sehr. Genau, wieder ist das Stichwort. Sie waren letztes Jahr auch schon dabei. Trotzdem möchte ich Sie natürlich noch mal vorstellen. Jetzt sehe ich wieder was anderes, aber da sind Sie. Sorry, kleines technisches Problem. Trotzdem möchte ich Sie natürlich noch mal vorstellen. Sie sind Neurologin in einer nervenfachärztlichen Gemeinschaftspraxis. Dieser Praxis ist auch eine Patientenakademie angeschlossen und Sie wirken darüber hinaus daran mit, Gesundheitslösungen zum Beispiel in Form von Apps zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Sind das so Ihre Tätigkeitsfelder einigermaßen zusammengefasst? Genau, vollkommen richtig. Und Sie werden uns heute in einem kleinen Vortrag erzählen, warum MS mehr als nur Schübe ist und auf diesen Vortrag freue ich mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich habe es gerade schon gesagt, aber ich sage es noch mal. Schreibt eure Fragen auf und dann werde ich gleich Frau Dr. Rau und Herrn Dr. Friedrich zu der App und zu allen Themen, die euch so interessieren, löchern. Ja, stundenlang. Jetzt aber erst mal Ihr Vortrag. Vielen lieben Dank. Also genau an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal einen sehr schönen guten Tag, guten Morgen kann man schon gar nicht mehr sagen. Wir beschäftigen uns heute und auch das wird das Hauptthema meines Vortrages sein mit dem ganz großen Thema, was für mich als Behandler mindestens genauso wichtig ist wie für Sie als Betroffene oder auch vielleicht als Angehörige oder Wissbegierige, dass die MS eben nicht nur Schübe sind und die MS sich nicht nur über Schübe definiert, sondern weitaus darüber hinaus eine Erkrankung ist, die den Alltag vom Betroffenen beeinflusst, die die Lebensqualität beeinflusst und wie wichtig auch die Kommunikation über diese Beeinflussung und die Symptome, die im Bereich der MS auftreten können, eben für uns und für natürlich auch die Betroffenen ist. Was wir alle wissen ist, glaube ich, und damit wird jeder Betroffene gleich zu Beginn der Erkrankung konfrontiert, dass die MS sich meistens in Form von schubformigen Verschlechterungen äußert. Das ist der erste Grund, warum Betroffene zu uns kommen, weil zum Beispiel eine Sehstörung aufgetreten ist, eine Lähmung aufgetreten ist, Sensibilitätsstörung. Das ist ganz klar zuzuordnen, das hat einen definitiven Beginn. Dann kommt der Betroffene oder die Betroffene zu uns. Es wird eine Therapie begonnen gegen diese schubformige Verschlechterung und dann bildet sich diese schubformige Verschlechterung in bestenfalls vollständig zurück. Oder wenn es eben nicht zu einer vollständigen Zurückbildung kommt, bleiben gewisse Restdefizite noch bei den Betroffenen oder der Betroffenen vorhanden. Das ist aber relativ klar zuzuordnen und wir bezeichnen so eine mehr oder weniger Verschlechterung im Rahmen eines klinischen Schubes eine schubabhängige Verschlechterung. Darüber weiß man eigentlich sowohl als Arzt als auch Betroffener sehr gut Bescheid. Das ist klar zu definieren. Das ist eigentlich auch schon seit Beginn der Kenntnis der Multiple Sklerose bekannt, dass es dazu kommen kann. Was aber darüber hinausgehend eigentlich viel wichtiger ist, weil es viel schwieriger zu identifizieren ist. Und das ist eine Entwicklung, die hat in den letzten Jahren deutlich mehr zugenommen, auch in das Verständnis sowohl der Patienten, wobei die das eigentlich schon vor uns Arzt mussten, wenn man da ganz klar mal darüber Auskunft geben möchte, bei uns Arzten erst in den letzten Jahren wirklich in das Bewusstsein gekommen ist, dass es auch zwischen diesen Schüben, diesen klinisch klar definierenden Zuständen eine Verschlechterung geben kann, nicht geben muss, aber geben kann, die der Patient im Alltag merkt, die eben aber nicht so klar definierbar ist. Also hier entsteht ein Schub und dann habe ich irgendetwas, ein Symptom, was ich behandeln kann und es geht dann wieder weg. Sondern ich habe unter Umständen ein klinisches Symptom, ohne dass das so einen klar definierbaren Beginn hat, das mich aber im Alltag stört. Das mich zum Teil auch mehr stört, wie wirklich dieses Symptom, was im Rahmen des Schubes da war. Das meine Lebensqualität mehr beeinträchtigt. Aber das ist eben nicht so klar abgrenzbar. Da weiß man nicht ganz genau, wann das begonnen hat. Und das hat sich im Verlauf der Erkrankung so eingeschlichen. Und was ganz Wichtiges ist, dass diese, sage ich jetzt mal, Schubaktivität, die unabhängig oder beziehungsweise eine Verschlechterung, die unabhängig von Schieben stattfindet, dass die nicht erst am Schluss der Erkrankung, also sehr weit hinten im Erkrankungsverlauf da ist, sondern das beginnt schon relativ weit vorne. Das heißt, da kann ein Patient zu einem Arzt kommen, der hat nur einen Schub gehabt, hat aber schon so eine Verschlechterung. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das ist kein Spätsyndrom, sondern das ist etwas, was schon sehr früh im Erkrankungsverlauf eintreten kann und schon bereits nach unmittelbarer Diagnosestellung. Und das ist wichtig zu wissen. Und das ist wirklich ein Erkenntnisgerinn der letzten Jahre, die uns eigentlich, auch Mediziner, nochmal ganz wichtig ist, im Kopf zu behalten. Wenn man dann sich wirklich mit dem mal auseinandersetzt, was Patienten, wenn man sie ganz klar befragt, was sind denn so Symptome, die einen beeinträchtigen im Alltag, dann findet man eigentlich nicht wirklich häufig einen Patient oder ein großes Patientengut, die ein und das gleiche Symptom nennen. Der eine Patient wird sagen, mich beeinträchtigt meine Blasenstörung. Der andere Patient wird sagen, meine Spastik ist für mich das Hauptsymptom. Der andere sagt, das ist meine Fatigue, meine Müdigkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Die DMS ist keine Erkrankung, die bei jedem Patienten die gleichen Symptome auch hervorruft, die den Patienten im Alltag beeinträchtigen. Das kann für jeden Patienten individuell was komplett anderes sein. Und das ist ganz wichtig, dass das sowohl der Patient weiß, aber auch der Arzt. Denn das macht wirklich die Behandlung der Multiple Sklerose im Alltag manchmal gar nicht so einfach und definiert aber auch ein ganz unterschiedliches Verständnis von Lebensqualität auf Seiten der oder des Betroffenen beziehungsweise der Betroffenen. Und worauf ich ganz stolz bin, ist, dass diese Erkenntnis nun zu mir auch Einfluss in unsere klinische Forschung nimmt. Also das heißt, Sie sehen hier mal nochmal ein ganz neu herausgekommenes, jetzt erst diesen Jahr im Juli veröffentlichtes Forschungspapier, ein sogenanntes Paper, wo sich mehr oder weniger eine Forschungsgruppe mal zusammengesetzt hat und versucht hat, anhand von Patientenangaben herauszufiltern. Gut, was beeinflusst denn überhaupt die Lebensqualität auf Patientenseite? Was sind das für Faktoren? Und was sind so die Hauptfaktoren, wo Patienten sagen, Menschen, Kinder, dadurch ist wirklich meine Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigt? Und was ganz wichtig ist, es ist nicht nur ein Faktor, der die Lebensqualität beeinflusst, was Sie hier rechts oben sehen, sondern es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Natürlich ist es prinzipiell erstmal eine bestehende Behinderung, die durch die MS hervorgerufen wird, also ein sogenannter klinischer Faktor, eine Lähmung von dem Arm oder zum Beispiel eine bestehende Sensibilitätsstörung. Diese Behinderung führt zu Symptomen und zu Funktionseinschränkungen. Das ist wichtig. Also der Gesundheitszustand definiert natürlich schon, wie ich meine Lebensqualität wahrnehme. Und das ist der nächste ganz springende und wichtige Punkt, nämlich die Wahrnehmung dieser Behinderung. Jedes einzelne Individuum nimmt eine bestehende Einschränkung unterschiedlich wahr, bewertet die unterschiedlich. Und wie soll ich sagen, sagt auch eine unterschiedliche Wichtung dieser einzelnen Behinderung und Einschränkung zu. Und dann sind da natürlich noch Faktoren, die von außen auf uns zukommen. Stress auf Arbeit, in der Familie, Umweltfaktoren, Hitze, wie wir vorher von der Lea gehört haben. Also zum Beispiel auch Erkältungen, Infektionen. All das beeinflusst unsere Wahrnehmung des Gesundheitszustandes und auch unsere bestehende Behinderung. Und das definiert das Vorliegen von Lebensqualität. Und dann hat man wirklich nochmal geschaut, okay, sagt man mehr oder weniger diese Beeinflussungsfaktoren, mal analysiert anhand der Angaben der Patienten. Und was sind da so die wichtigen Beeinflussungsfaktoren? Und man muss ganz klar sagen, und das kommt hier an diesem Schaubild nochmal heraus, ein ganz wesentlicher Punkt ist die Fatigue. Also bei Patienten ist wirklich das ein entscheidender Punkt, wie sie die Müdigkeit sowohl körperlich als auch kognitiv im Alltag wahrnehmen. Dann natürlich auch die Behinderung an sich und die Wahrnehmung der Selbsteffizienz. Also was kann ich selber dagegen tun, dass es mir besser geht? Aber ein ganz entscheidender Faktor ist bei Beschreibung von Patienten die Fatigue in der Lebensqualität. Und da hat man dann wirklich mal geschaut, okay, wie sieht denn das wirklich bei unseren NS-Patienten aus? Und da möchte ich Ihnen mal so ein paar Registerdaten darstellen. Das ist vom Jahr 2018. Das ist ein großes NS-Register in Deutschland. Das sind 21.000 NS-Patienten geführt, die einen unterschiedlichen NS-Verlauf haben. Also sowohl schubformige Verläufe, dann aber auch Verläufe im Verlauf der Erkrankung mit einer sekundären Behinderung und die eher schwerwiegenden Verläufe, die von Anfang an schon chronische Behinderungen haben. Und dann hat man die Patienten mal wirklich danach aufgeschlüsselt, was diese berichten, was Dinge ihre einschneidenden Symptome sind, was die Lebensqualität beeinflusst. Und man sieht hier, dass es durchaus ganz verschiedene Symptome gibt. Und diese verschiedenen Symptome, zum Beispiel hier wieder die Fatigue genannt, die Spastik, die Blasenstörungen, Koordinationsstörungen, dass die eben nicht nur bei den späten oder sehr viel aggressiven Formen der NS da sind, sondern wie hier die Fatigue zum Beispiel, aber auch Schmerzen, aber auch Störungen der Psyche. Diese Funktionsstörungen sind bereits bei den schubformigen NS-Patienten, also früh im Erkrankungsverlauf vorhanden. Und die sind häufig, wenn man sich das hier mal anschaut, auch die Müdigkeit, 70 Prozent, Spastik, also Muskelverkrampfungen, 80 Prozent. Das sind wichtige Beschwerden, die diese Patienten angeben. Und das, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, okay, was für Beschwerden habe ich? Was sind das denn für Beschwerden? Und auch, dass diese Beschwerden nicht erst, wenn ich 20 Jahre krank bin, auftreten können, sondern früh im Erkrankungsverlauf. Warum ist das auch noch wichtig? Nicht nur wegen der Lebensqualität, sondern auch Stichwort Berufsfähigkeit. Unsere MS-Patienten sind junge Patienten, häufig zwischen 20, 30 Jahren alt, mehr Frauen als auch Männer. Und diese Patienten sind berufstätig. Die haben eine Familie, die wollen Leistung erbringen, die möchten im Alltagsleben teilhaben, und gerade Symptome wie Fatigue oder auch Stimmungsschwankungen, also Stichwort Depressionen, kognitive Störungen, gerade was das Kurzzeitgedächtnis anbelangt, die häufig vorkommen, hier sehen Sie nochmal die Häufigkeit angegeben im Prozent, die beeinflussen nicht nur die Lebensqualität, sondern auch, wie ich so im Alltag dastehe, wie ich meinen Alltag bewältigen kann, wie ich auch im Berufs- und Arbeitsleben stehe. Und dann sind natürlich dann noch Modulationsfaktoren wie Stress, vielleicht auch die Medikation, die ich gegen meine MS einnehmen muss, so Faktoren, die von außen auf dieses Konglomerat noch mit drauf treffen, und die auch hier zum Teil nicht nur einen positiven, sondern negativen Impact nennen wir das, also Einfluss darauf einnehmen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist, viele MS-Patienten denken, dass dieser Einfluss erst dann da ist, wenn sie von ihrer MS schon schwerer betroffen sind, also schwerer behindert sind, zum Beispiel eine Einschränkung der Gehstrecke haben oder im Rollstuhl sitzen. Und das ist aber nicht der Fall. Man muss ganz klar sagen, gerade diese Einflüsse der Fatigue oder auch der Kognition, der Denkfähigkeit, die sind schon sehr früh im Erkrankungsverlauf da, aber eben auch schon, wenn Patienten wenig körperliche Behinderung aufweisen. Das hat die Forschungsgruppe schon im Jahr 2017 herausgefunden und hat es gemessen anhand dem sogenannten EDSS. Die Erfahrungen, Patienten werden diesen Wert kennen. Daran unterteilen wir Ärzte, wie stark der Patient von der MS betroffen ist. Und wenn man EDSS von 0 bis 3 hat, ist man noch nicht wirklich stark betroffen. Von EDSS von 4 bis 6,5 sind es so mittelmäßig betroffen. Und über 7 sind es schwer betroffene Patienten. Und da sehen Sie gerade diese Müdigkeit und diese kognitiven Defizite, die sind nicht erst hier, wenn man schwer betroffen ist, vorhanden, sondern schon eben gerade auch, wenn man ganz wenig Behinderung aufweist. Und oftmals sind das die führenden Symptome, die uns im Alltag bzw. die Patienten im Alltag beeinträchtigen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, und da war ich schockiert, als ich diese Grafik gesehen habe, wie wir diese Symptome im Alltag behandeln. Und da sehen Sie hier mal aufgezeichnet, wie viele von diesen Symptomen, die die Patienten uns berichten, wie behandelt werden. Und dieser graue Balken hier unten heißt, dass die Symptome gar nicht behandelt werden. Und wenn man sich jetzt das mal anschaut, Fatigue, 70 Prozent, 60, 70 Prozent gar nicht behandelt. Zum Beispiel auch Denkstörungen, bist du 70 Prozent gar nicht behandelt. Dann Störungen auch der Sexualfunktion, die man nie außer Acht nehmen lassen darf, was auch beeinträchtigt mit einer Lebensqualität, 70 Prozent gar nicht behandelt. Das heißt, wir sind hier wirklich hinten dran in der Behandlung dieser Symptome, die die Lebensqualität unserer MS-Patienten maßgeblich mit definieren. Und ich fand das richtig erschreckend, als ich diese Grafik gesehen habe. Und noch mal zu betonen, das ist eine Grafik von 2018, also das nicht von 1990, sondern das ist relativ aktuell. Und das hat mich als Arzt doch durchaus schockiert. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, warum ist denn das überhaupt so? Ja, also was können denn die Gründe dafür sein, dass auch diese Symptome so schlecht behandelt sind oder dass die Patienten das so schlecht behandelt wahrnehmen? Und ein großer Punkt ist natürlich für mich auch, ich denke mal, wir müssen auch in der Interaktion Arzt- und Patientenseite immer wieder betonen, dass die MS solche Symptome oder vielfältige Symptome machen kann. Weil oftmals kann es so einfach sein, dass der Patient vielleicht gar nicht weiß, dass die Symptome, die ihn beeinträchtigen, durch die MS-Mitte vorgerufen sein könnten. Dass die Symptome auch seine Lebensqualität durchaus verschlechtern oder vielleicht bei einer Behandlung verbessern können. Dass es auch unsichtbare Symptome gibt, wie gerade die Fatigue oder die kognitiven Defizite. Also, dass man im Alltag auf einmal nicht mehr so gut flüssig in der Sprache ist, Wortfindungsstörungen hat. Dass das durch die MS kommen kann und jetzt nicht Zeichen zum Beispiel einer beginnenden Demenz oder sowas sein kann. Also oftmals sind es auch ein fehlendes Verständnis. Und ich denke mal, darüber müssen wir sprechen, darüber müssen wir Arzte aufklären und immer im Gespräch mit unseren Patienten sein. Dann natürlich auch ganz wichtig, dass man sich nicht schämt, solche Sachen anzusprechen. Ich habe ganz viele junge Patientinnen, die mir erst Jahre später sagen, dass sie mit der Blasenfrequenz, also mit dem Wasserlassen enormes Problem hatten, sich aber nicht getraut haben, das als 22-Jährige vor ihrem Arzt anzusprechen. Auch das ist ganz wichtig. Bitte haben Sie keine Scheu, solche Symptome in der Kommunikation mit Ihrem Arzt anzusprechen, wenn dadurch ihre Lebensqualität beeinträchtigt ist. Und auch gerade Verschlechterungen in diesen Bereichen anzusprechen. Denn auch Ihr Arzt muss wissen, dass Sie denn entsprechende Symptome haben, weil wir ansonsten nichts symptomatisch verbessern können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, der es schwierig auch macht im Umgang mit den Beschwerden, weil wir Probleme unter Umständen noch haben, diese Beschwerden wirklich zu erfassen. Die Lea hat gerade vorher ein Tool vorgestellt, auf das ich nachher eingehen möchte, was ich sehr, sehr wichtig finde. Denn bisher hatten wir da kein wirkliches Tool, das wir den Patienten auch an die Hand geben können. Wir hatten natürlich unsere klinischen Verlaufskontrollen, wo wir stichpunktartig und punktuell Beschwerden erfassen konnten. Aber wir konnten diese Beschwerden nicht im Zeitverlauf erfassen. Wir waren abhängig davon, dass Sie als Betroffene bei uns in der Praxis oder in der Klinik aufgeschlagen sind und wurden dementsprechend vielleicht auch symptomatisch durch diesen einen Vorstellungszeitpunkt verzaut. Das macht natürlich auch schwierig zu sagen, was sind das für Symptome, wie haben die sich entwickelt. Und dann ist natürlich auch noch so, dass es unterschiedliche therapeutische Möglichkeiten für die Beschwerden gibt. Manchmal gibt es ein Medikament, was man einsetzen kann. Manchmal müssen mehrere Dinge parallel gleichzeitig erfolgen, um überhaupt das Symptom angehen zu können. Und auch das spielt manchmal so einen Hinderungsgrund dar, dass eben diese Beschwerden nicht wirklich suffizient und zufriedenstellend für den jeweiligen Betroffenen eingestellt werden können. Das heißt, ganz wichtig ist, damit wir in diesem Bereich vorwärts kommen, miteinander ins Gespräch zu kommen mit dem Arzt, mit den speziellen Therapeuten, zum Beispiel den Physiotherapeuten oder mit anderen Kollegen, der in der Therapie mit involviert ist. Aber auch mal mit Mitpatienten zu sprechen, wirklich auch hier in der Community dann zu sagen, okay, Mensch, hast du da ein ähnliches Problem? Wie siehst du das? Seit wann hast du das? Wie hat sich das entwickelt? Das sind ganz wichtige Punkte. Denn ich denke, so identifizieren wir diese Probleme, diese Beschwerden und können das effizient dagegen vorgehen. Und dann ist natürlich noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns dem widmen, diese Beschwerden zu quantifizieren, also wirklich optisch darzustellen und auch den Verlauf zu so praktisch für Sie als Betroffene, aber auch für uns als Arzt zu darzustellen, dass wir da im klinischen Alltag was damit anfangen können. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine kennen Sie vielleicht schon mal von Ihrem Arzt, wenn Sie da bei dem vorstellig waren. Dann kann es sein, er hat mit Ihnen unterschiedliche Testungen durchgeführt. Das heißt, er hat Sie zum Beispiel wirklich circa acht Meter mal laufen lassen von einem Punkt zum anderen, hat die Zeit gemessen. Das machen wir, um zu gucken, wie Ihre Gehfähigkeit ist. Dann der eine oder andere hat vielleicht mal so einen Test gemacht, wo er in so ein Schachbrett so Stifte reinstecken musste und der Arzt hat die Zeit gemessen. Da geht es mehr oder weniger um die Feinmotorik. Der eine oder andere hat mir schon mal so einen Test machen müssen, wo er Symbole in Zahlen oder andersrum umkotieren musste und dafür 90 Sekunden Zeit hatte. Wo man dann schaut, okay, wie ist die kognitive Funktionsfähigkeit. Oder der eine oder andere hat schon mal eine klinische Untersuchung machen müssen, wo der Arzt dann diese klinischen Defizite, die Sie hatten, auf einer Skala gerenkt hat. Das ist der sogenannte EDSS und da kriegt man dann mehr oder weniger einen Punktewert, der für den Arzt eine leichtere Einteilung ermöglichen sollte, wo im Verlauf Sie sich auf diesem Behinderungsskala seitens Ihrer MS befinden. Das sind so die Dinge, die wir im täglichen Alltag bei der Vorstellung eines Patienten in der Klinik machen. Diese Scores sind aber leider dadurch, dass wir sie natürlich nicht jeden Tag sehen, sondern vielleicht einmal alle drei Monate oder seltener oder häufiger verzaurt. Warum sind die Dinge verzaurt? Wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen jetzt in der Arztpraxis, haben vielleicht eine Stunde Wartezeit gehabt oder Sie haben vielleicht noch zusätzlichen Infekt oder sind gestresst oder es ist zum Beispiel ein heißer Tag, wie Lea vorher gesagt hat, dann sind Sie nicht so leistungsfähig an dem Tag. Dann ist der Wert, der bei diesem Test an diesem einen Tag rauskommt, einfach falsch. Das heißt, es kann mal ein Ausweiser sein, Sie haben einen schlechten Tag nach oben oder Sie haben einen guten Tag und dann ist dieser Test megamäßig gut. Aber alles das risst uns natürlich in der kontinuierlichen Auswertung nicht weiter. Und da macht natürlich gerade diese digitale Möglichkeit, den Gesundheitszustand unserer Patienten zu erfassen und zur Arztin noch mal eine ganz neue, gibt uns eine ganz neue Möglichkeit, Sie in Ihrer Therapie der MS zu begleiten. Das mit der Prisa hat ja die Kollegin, die Lea gerade, ausführlich dargestellt. Und da gibt es noch ein anderes Tool, das sich ähnlich lokalisiert darstellen lässt, die sogenannte Emendia-MS-App. Und diese Apps sind wirklich, was ich jetzt aus meiner klinischen Erfahrung her sagen kann, für uns auch als Arzt, wirklich ein sinnvolles Tool, mit Ihnen über Ihre Beschwerden und Einschränkungen zu sprechen. Punkt A, weil Sie sich erst mal auch zu Hause im Setting Gedanken machen können, wo habe ich denn meine Beschwerden, wo habe ich meine Probleme, dass Sie das immer wieder auch täglich beurteilen können, dass wir zusammen auch im Arzt- und Patientengespräch eine Bewertungsgrundlage haben. Wie stellt sich das denn im Zeitverlauf dar? Werden die Beschwerden eher besser? Werden die schlechter? Sind die durch unsere Therapien angehbar? Werden die dadurch besser? Oder sind sie vielleicht für Sie im Alltag dann dadurch auch gar nicht mehr so wirklich im Vordergrund? Und ich denke, das ist wirklich eine sinnvolle und sehr, sehr nützliche Entwicklung in unserem Gespräch, in der Darstellung der Beschwerden und in der Therapie. Und da möchte ich noch einen kleinen Überblick für alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben, was wir Ärzte denn machen können, wenn wir diese Beschwerden identifiziert haben, die ihre Lebensqualität mit beeinträchtigen. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir die Beschwerden ein bisschen klassifizieren müssen, denn wir können nicht alle diese Beschwerden so gut therapieren im Alltag, das ist mit einem Leider zu versehen, wie wir das gerne tun würden. Hier in diesem Grün sehen Sie die Beschwerden, die wir relativ gut behandeln können. Das sind so spastische Beschwerden, gerade was das Thema Wasserlassen anbelangt, Depressionen, auch Schmerzen können sehr gut behandelt werden. Koordinative Beschwerden, die Fatigue, Hitzeempfindlichkeit, auch Sexualfunktionsstörungen, Feinmotorikstörungen, da können wir sehr viel machen, aber da sind wir schon ein bisschen eingeschränkt, wie jetzt hier bei der Spastik oder Depressionen. Was im Moment noch schwierig angehbar ist, medikamentös, aber auch anderweitig therapeutisch, sind so Beschwerden wie Koordination, Sehstörungen, aber auch kognitive Symptome. Das heißt, hier sind wir immer auf so multimodale Konzepte angewiesen, auch auf sehr viel Zusammenarbeit mit Ihnen als Patienten. Und ich denke auch, das ist wichtig, dass wir das ganz klar kommunizieren, was wir erwarten können in der Behandlung von solchen symptomatischen, auch die Lebensqualität beeinflussenden Symptome, dass auch auf Ihrer Seite, auch auf Seite der Betroffenen, da keine Frustration da ist, wenn dann der Arzt Ihnen sagt, gut, wir haben Möglichkeiten, aber bis über diesen Punkt kommen wir bei der Behandlung nicht hinüber. Das heißt, was ich nochmal ganz wichtig abschließend betonen möchte, die Lebensqualität, die Beschwerden, die Sie als MS-Patienten, als Betroffene, Betroffene haben, das sind alles Dinge, die wir zusammen im Team angehen müssen, die wir uns bewusst machen müssen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, auch wenn das manchmal unangenehm ist, auch wenn manche Symptome noch mit Scham ein bisschen behaftet sind. Wir müssen sie äußern, wir müssen darüber kommunizieren und wir müssen versuchen, das in einem Setting, also nicht nur mit einem Medikament, nicht nur mit Psychotherapeuten, nicht nur zu Hause alleine, sondern wir brauchen ein Setting, mit dem wir versuchen, diese Beschwerden anzugehen. Es gibt nicht das eine Medikamente, es gibt nicht das eine Verfahren. Die MS ist ein sehr großes Konglomerat und wir müssen versuchen, uns alle diese Möglichkeiten zunutze zu machen, um ihre Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten und im Alltag für sie einfach so eine Situation zu schaffen, dass sie sagen, ja, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich gut verstanden und da fühle ich mich aufgehoben. Und jetzt freue ich mich auf ihre kritischen und allumfassenden Fragen. Vielen Dank, Frau Dr. Rauf, für diesen tollen Vortrag. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt ein paar Experten, die sind großartige Experten und können nicht so gut kommunizieren. Es gibt welche, die toll kommunizieren können und es gibt welche, die großartig kommunizieren können. Und dazu gehören Sie auf jeden Fall. Also ich würde mich als Patient sehr aufgehoben fühlen. Und was mir jetzt gerade im Verlauf dieser Präsentation so bewusst wird, ist, dass wir in den letzten Jahren ja wirklich verschiedenste Themenbereiche angegangen sind. Es ging mal um Medikation. Es ging mal um Sensibilisierung des Umfelds, unter anderem auch heute. Und jetzt, nicht zuletzt, aufgrund solcher digitaler Wegbegleiter, die Sie auch vorgestellt haben, Brisa und Emendia, ermöglichen wir Informationen. Informationen für den Patienten selbst, für den Betroffenen selbst, aber auch für sie. Und deswegen, weil das so ein wichtiges Thema ist, möchte ich da natürlich gleich in einer Fragerunde weiter drauf eingehen. Mit Ihnen, aber getreu dem Motto, trotz MS verbindet. Nicht nur mit Ihnen alleine. Ja, wir holen noch Dr. Benjamin Friedrich dazu. Da ist er. Hallo, Herr Dr. Friedrich. Herzlich willkommen in der Runde. Vielen Dank. Hallo. Sie sind Neuroradiologe und Chief Medical Officer bei T-Medica. Ja, das ist das Unternehmen, das Brisa, diese MS-App Brisa entwickelt hat, in Kooperation mit Roche. Und in Kooperation, weil das gerade für Praxisnähe steht, möchte ich das immer wieder betonen, in Kooperation mit vielen MS-Betroffenen. Trotzdem die Frage an Sie, wie kam es zu dieser App-Entwicklung? Welchen Bezug haben Sie da direkt zur Multiple Sklerose? Ja, also die Multiple Sklerose als Erkrankung begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Leben. Meine Großmutter wurde in meinem Geburtsjahr diagnostiziert an Multiple Sklerose. Und ich habe bis zu ihrem Tod vor knapp 20 Jahren quasi einzelne Phasen dieser Erkrankung immer miterlebt. Gute Tage, schlechte Tage. Ich habe mich dann, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, immer sehr intensiv mit Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems auseinandergesetzt. Und auch in meiner späteren beruflichen Laufbahn als Neuroradiologe, zuletzt an der Uni in München, hatte ich täglich mit Menschen mit MS zu tun. Also insofern ist die MS etwas, was mich von Geburt an quasi begleitet. Als ich mich dann angefangen habe, zunehmend mit Digitalisierung, Apps, Gesundheits-Apps auseinanderzusetzen, war aufgrund meiner Geschichte natürlich immer die MS präsent und war immer ein Thema, wo ich gesagt habe, ich möchte hier einen Mehrwert für die Patientinnen, für die Patienten, für die Betroffenen mit so einer App liefern. Das war jetzt aber so, dass Temedica seit 2016 existiert, gegründet wurde von Gloria Seibert, unserer CEO und Gründerin. Und wir haben zunächst angefangen, Apps für ganz andere Erkrankungsbereiche zu entwickeln, die eher einfacher sind, Dinge wie Blasenschwäche oder Rückenschmerz oder Diabetes. Aber nach diesen Lernerfahrungen haben wir uns dann so weit gefühlt, dass wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt greifen wir an, jetzt entwickeln wir etwas für Menschen mit MS, mit all den Erfahrungen, all den Lernerfahrungen, die wir über die Jahre gemacht haben. Ich möchte jetzt mit Ihnen beiden ausgiebig über dieses Thema sprechen und versuche, das so in zwei Sichtweisen zu unterteilen. Erstmal wirklich komplett aus Sichtweise um das Patienten, den es natürlich geht, des Betroffenen. Und dann komme ich natürlich dazu, wie Ihnen solche Möglichkeiten helfen, die dann natürlich dann wiederum auch wieder dem Patienten helfen. Frau Dr. Rau, welche Rolle spielt es, dass der Patient oder die Patientin auch zwischen den Behandlungsterminen mit Ihnen sich mit den eigenen Symptomen beschäftigt und dort vielleicht Zusammenhänge der Symptome erkennt? Also für mich als Arzt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil auf der einen Seite natürlich der Patient dadurch auch sehr aktiv seine Lebensqualität mit selber erstens mal definiert, aber auch beeinflussen kann. Denn wenn er weiß, was für Beschwerden er hat, formuliert er mir die gegenüber. Wir können symptomatisch dagegen vorgehen. Wir können Therapien ausbauen. Wir können versuchen, im Alltag praktisch die Funktionalität zu erhöhen, auch sein eigenes Wohlbesinden zu erhöhen und dann dementsprechend die therapeutischen Möglichkeiten anpassen, wenn es nicht funktionieren sollte. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass wir natürlich unsere prophylaktische Medikation, also die Medikamente, die wir nicht nur gegen die Symptome einsetzen, sondern auch, dass die MS im Verlauf nicht schlimmer wird, anpassen müssen. Wenn jetzt neue Symptome zum Beispiel, also der Patient sagt jetzt, okay, bis da und da habe ich die und die Beschwerden gehabt und jetzt auf einmal merke ich, dass das Gehen nicht mehr so funktioniert, obwohl ich jetzt zum Beispiel keinen Schub hatte. Und das ist natürlich wichtig, auch für uns, weil wir merken, okay, da passiert etwas. Dann müssen wir schauen, hat das mit MS zu tun oder hat es mit anderen Erkrankungen zu tun? Und dann müssen wir nicht nur die Physiotherapie oder irgendeinem Medikament erhöhen, sondern müssen uns immer dann die Frage stellen, geht denn die Erkrankung auch weiter? Das heißt, je mehr Überblick der Patient über sich selber hat, je mehr Selbstmanagement, desto besser funktioniert das in der Interaktion mit dem Arzt und wir wissen, wie wir das Ganze besser anpacken können. Von dem her, wenn Sie mich fragen, wie wichtig, sehr, sehr wichtig. Jetzt werden Sie das bei der Dokumentation oft feststellen. Patienten wollen sich ja auch zwischen den Behandlungsterminen vielleicht gar nicht damit auseinandersetzen. Vielleicht insbesondere manchmal an guten Tagen. Sie haben eben von guten und von schlechten Tagen gesprochen. Warum, also unabhängig jetzt von dem Termin bei Ihnen, warum könnte das für einen Patienten im Alltag wirklich wichtig sein, sich jetzt hinzusetzen und jetzt sich mit seinen Symptomen, auch wenn er symptomfrei ist gerade oder wenn es reduzierte Symptome sind, warum kann das im Alltag wichtig sein? Können Sie verstehen, dass einige das nicht gern machen? Ja, definitiv. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil auch viele Patienten sagen, gut, ich muss mich jetzt in dem und dem Bereich genügend mit meiner Erkrankung beschäftigen. Es ist halt, man muss das ganz klar sagen, ich habe vorher auch von sichtbaren und unsichtbaren MS-Beschwerden gesprochen. Und ich glaube, bei den unsichtbaren Beschwerden, das sind meistens die, die wirklich auf, wenn dann die Lebensqualität oder wenn dann für die Patienten einschränkende Situationen die meisten Einflüsse haben. Das sind eher die Beschwerden, die nicht offensichtlich sind. Weil die offensichtlichen Beschwerden, das ist, das wird meistens, ist entweder ganz klar, wenn ich den Patienten anschaue oder ist für den Patienten mehr im Vordergrund. Aber die Beschwerden, wie gerade vorher, Wortfindungsstörungen oder vielleicht auch Niktionsstörungen, das sind so Beschwerden, die nicht so richtig im Vordergrund stehen. Störungen, jetzt müssen wir kurz abholen. Also das sind praktisch Beschwerden bei der Blasenkontrolle. Also was häufig ist bei jungen Frauen dann zum Beispiel, dass die sogar ihren Alltag schon dementsprechend planen und nur noch rausgehen, wenn sie wissen, dass sie eine Toilette in der unmittelbaren Nähe haben, weil sie Angst haben, dann genau, dass da was daneben geht, in Anführungszeichen. Und das sind solche Dinge, wo ich immer wieder meinen Patienten sage, wo es sich wirklich dann nochmal doch lohnt, auch wenn man sich nicht ganz damit beschäftigt, dann nochmal wirklich zu sehen, okay, was gibt es für Dinge, die mich im Alltag zum Beispiel auch hindern, die meinen Alltag noch anders maßgeblich beeinflussen, wie diese offensichtlichen Beschwerden. Wie war das dann bisher? Was haben Sie dann geraten? Weil zur Dokumentation, denke ich mal, schon seit einiger Zeit, Sie haben von Verzerrung vorhin gesprochen, der Praxis wartet. Ich glaube, wir alle kennen das auch, wenn man einen guten Tag hat, dann sagt man dem Arzt auch, nö, alles ist gut, vergisst auch, verdrängt auch zum Glück auch die schlechten Tage. Und wenn man einen schlechten Tag hat, dann sagt man auch subjektiv dem Arzt, alles ist besonders schlecht. Wie haben Sie bis jetzt immer diese Dokumentation empfohlen? Also meistens bin ich immer zuerst mal hingegangen und habe im Erstkontakt mit meinem Patienten systematisch auch mir wichtige Beschwerden abgefragt. Einfach, um erstmal die Alertness dafür beim Patienten zu erschaffen, guck mal, das könnten Beschwerden sein. Und dann waren Patienten erstmal, oh, okay, Moment, muss ich mir das zum nächsten Mal Gedanken machen. Und meistens, lustigerweise, haben sie dann einen Stift rausgezogen, rausgezogen und Platt Papier und haben sie es erstmal aufgeschrieben. Also lustig, dass ich anhöre, aber das ist wirklich so. Oder die Jüngeren, das Handy raus und haben es in irgendeiner Notiz dann verfasst. Und dann, lustigerweise war das dann, wenn sie bis zum nächsten Mal da waren. Und es ist egal, ob jetzt ein Patient 20 oder 40 Jahre, Excel-Tabellen, Verlaufskontrollen oder dann wirklich über die Zeit hinweg, grafisch dargestellt, also ganz verschiedene Möglichkeiten, zum Teil auch schon wirklich digital. Und haben dann gesagt, Frau Rauch, schauen Sie mal, ich habe mich da jetzt mal mehr damit auseinandergesetzt. Und das ist natürlich super, weil dann ist die Alertness da. Und da können wir dann auch gerade im Gespräch sofort miteinander drüber kommunizieren. Wie stelle ich mir das denn jetzt mit der App vor? Wenn ich zu Ihnen komme, speise ich vorher irgendwelche Daten ein oder gebe ich Ihnen mein Handy oder wie läuft das? Wie können Sie Informationen daraus ziehen? Auch zum Thema Datenschutz. Ich habe noch mit Herrn Dr. Friedrich, aber wie stelle ich mir jetzt einen Behandlungstermin oder einen regelmäßigen Kontrolltermin mit App bei Ihnen vor? Also es ist so, es gibt natürlich verschiedene Apps. Also ich kann jetzt nur praktisch über jetzt zwei meine Auskunft geben, wie es jetzt bei anderen App-Systemen funktioniert. Da bin ich mir nicht sicher, da müssen Sie mich entschuldigen. Aber jetzt gerade bei diesen App-Systemen, wie wir es vorher bei der Lea auch gesehen haben, bei dieser grafischen Darstellung. Einerseits ist natürlich möglich, dass der Patient dann wirklich sagt, schauen Sie, Frau Rauch, das ist meine grafische Darstellung. Auf der anderen Seite ist es möglich jetzt, was vielleicht dann auch später oder zukunftsmöglich sein wird, dass der Arzt vom Patienten die Erlaubnis bekommt, praktisch auch sich seine Angaben mehr oder weniger draufzuschalten und das auf seinem eigenen Arzt-PC sich anzuschauen und dann zu sagen, schauen Sie mal, Sie haben das eingegeben. Wie sieht denn das aus? Also ich denke, das sollte praktisch unser Anspruch sein, dass der Patient von zu Hause sagt, mir geht es so und so, dem Arzt die Möglichkeit, der ihn ja behandelt gibt, auf diese Ergebnisse draufzugucken, sodass der Arzt dann in seiner Arzt-Software die Möglichkeit hat, einen Klick zu machen und dann sieht, aha, so und so sieht es aus, so und so schätzt der Patient sich selber ein und dann direkt im Arzt-Patienten-Gespräch das auch richtig forciert ansprechen kann und sagen kann, Mensch, schau mal in den letzten drei Monaten, du sagst jetzt zwar, jetzt geht es dir gut, aber guck mal, zwei Monate lang hast du wirklich fünf Stunden am Tag schlafen müssen, weil du ansonsten deinen Tag nicht bewältigen konntest. Und ich glaube, dahin sollten wir. Ja, und ich meine jetzt nicht nur von zu Hause, sondern auch Ärzte brauchen manchmal ein paar Minuten, um sich vorzubereiten und diese ganzen Daten aufzunehmen. Für wen ist denn jetzt diese digitale Lösung am meisten geeignet? Keine Sorge, Herr Dr. Friedrich Schad natürlich als Entwickler auch schon mit. Aber was meinst du, wen ist diese App geeignet, nur für die Jünger? Nein, würde ich gar nicht sagen. Das habe ich jetzt vor allem während der Corona-Pandemie gemaukt. Ja, weil wir ja durchaus auch ältere in Anführungszeichen Patienten haben, die körperlich deutlich mehr beeinträchtigt sind oder die in dieser Zeit auch zu uns nicht in die Praxis kommen konnten, einfach aufgrund der Gefährdungssituation. Also ich halte gerade auch die App für Patienten, nicht nur für die Jüngeren, die natürlich deutlich technikaffiner sind, aber je einfacher das System der App ist, desto besser ist es natürlich auch für Patienten, von zu Hause aus, die schwer beeinträchtigt sind, Testungen durchzuführen, sich da auch die Zeit dafür zu nehmen. Also das würde ich überhaupt nicht sagen. Und meine Patienten mit 60 plus, die sind total engagiert, was das anbelangt. Und die kommen dann jedes Mal zu mir und sagen, Schauen Sie mal, ich habe es hingekriegt. Und das ist natürlich super und da möchte ich auch hin in der Zukunft. Dr. Friedrich, jetzt sind Sie dran. Für wen haben Sie die App entwickelt und wie leicht ist sie? Wie einfach? Also ich kann mich da, Frau Dr. Rau, nur anschließen. Also prinzipiell haben wir die App entwickelt für alle Menschen mit MS. Und das war die Vision, die wir hatten. Wir wollten quasi einen Anlaufpunkt oder einen Hafen für alle Menschen mit MS schaffen. Natürlich haben wir ja auch schon gehört, es gibt sicherlich Menschen, die sich mit ihrer Krankheit manchmal nicht so intensiv auseinandersetzen wollen im Einzelfall. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir glauben und wir sind da fest von überzeugt, dass so eine digitale Lösung einfach eine große Hilfe sein kann im Alltag für alle Patienten. Und wie Frau Dr. Rau gesagt hat, die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. 60, 70, 80. Das heißt nicht nur, weil man etwas fortgeschritteneren Alters ist, dass man digitalen Lösungen nicht mehr zugewandt ist. Ganz im Gegenteil. Und diese Szenarien, die Frau Dr. Rau gerade geschildert hat, die treten total oft auf. Dann sitzt eine Großmutter mit ihrem Enkel zusammen und sie beschäftigen sich zusammen mit der App. Und das ist wirklich toll. Ich habe es eben schon angesprochen, Thema Datenschutz. Ich glaube, das muss man einfach in dieser Zeit ansprechen, wenn man viele Daten da eingibt. Ja, holen Sie uns doch da mal ab. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Man gibt einfach viele Daten. Natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir, wann immer wir irgendwelche Applikationen entwickeln, vom Tag 1 mitdenken. Also sämtliche Daten, die hier von den Patienten eingegeben werden, sind entsprechend dieses furchtbaren Ungetüms von Namen Datenschutz-Grundverordnung, was unser wunderbares Gesetz ist, nach dem man sich da zu richten hat, werden auf deutschen Servern gespeichert. Das heißt, die Daten sind physisch in Deutschland gespeichert und dementsprechend gilt hier auch quasi die strengsten Normen für. Nur die Patienten haben ausschließlich auf ihre persönlichen Daten Zugriff. Sie können selber entscheiden, ob Sie diese Daten beispielsweise mit Ihrem Arzt, wie Frau Dr. Rau das gerade genannt hat, teilen möchten. Und das alles nur mit Einverständnis des Patienten. Insofern, der Datenschutz ist vom Tag 1 eines unserer wichtigsten Dinge, die wir im Hinterkopf haben. Und wie können die Patienten selbst lernen, mit diesen Daten umzugehen, da auch Rückschlüsse für ihre Erkrankungen und für ihre Lebensqualität rauszuziehen? Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wie wir gerade ja schon mehrfach gehört haben, dadurch, dass Patientinnen und Patienten, Betroffene die Möglichkeit haben, ihre Symptome, ihre individuelle Erkrankung zu dokumentieren, lernen Betroffene, welche Zusammenhänge ihrer individuellen Erkrankung, beispielsweise mit äußeren Faktoren, wir haben vorhin gehört, Wetter, bestimmte Ernährungsweisen, bestimmte Stresssituationen entstehen. Und durch das Verständnis dieser individuellen Erkrankung werden die Betroffenen in die Lage versetzt, proaktiv ihre Erkrankung in die Hand zu nehmen. Sie sitzen nicht auf dem Beifahrersitz, sondern sie sitzen am Steuer. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt dieses neudeutsche Wort des Empowerments, dieses Patienten in die Lage zu versetzen, ihre eigene Krankheit proaktiv mitzugestalten. Und hierfür ist Wissen und Verständnis über die eigene Erkrankung ein ganz, ganz fundamentaler erster Schritt. Trotzdem bleibt ja, dass die Herausforderung für Sie, Frau Dr. Rau, und für alle Neurologinnen und Neurologen, aus subjektiven Empfindungen ein objektiv bewertbares Ergebnis zu machen. Wie gelingt Ihnen das? Und können solche Möglichkeiten dazu beitragen, dass Ihnen das leichter gelingt? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Gerade was zum Beispiel so kognitive Einschränkungen, also Probleme jetzt mit dem Denken anbelangt, ist natürlich nochmal die subjektive Einschätzung, was komplett anderes, was wir dann auch wirklich objektiv in Testungen sehen können. Prinzipiell sind diese Arzt-Tagebücher der Patienten aber für uns enorm relevant, um zu sehen, da hat der Patient überhaupt ein Problem, da nimmt er ein Problem wahr. Und wir arztlicherseits wissen natürlich, wo habe ich jetzt einen weiteren objektiven Schritt anzunehmen. Und wenn ich dann sehe, dass der Patient da Probleme angibt, dann mache ich dann Testungen oder, und das wird, denke ich, auch jetzt dann in der Zukunft passieren, dass auch in diesen digitalen Medien unsere Testungen, die wir in der Praxis oder in der Klinik machen, in Form von digitalen Fuß für die Patienten zu Hause schon in einer Art objektivierbaren Möglichkeit zur Verfügung stehen werden. Und das ist dann natürlich so auch das Bindeglied für die Zukunft, dass praktisch unsere Testungen, die wir jetzt noch in der Praxis oder in der Klinik vor Ort machen, dass die digital konvertiert werden und unseren Patienten dann für zu Hause schon zur Verfügung stehen. Und dann haben wir schon objektive, sozusagen Messergebnisse, wenn der Patient zu uns kommt und können dann anhand von diesen Messergebnissen schon eine Aussage treffen. Und wenn wir dann immer noch Zweifel haben, können wir natürlich dann auch noch mal einen objektiven Test in der Praxis noch mal ergänzen. Aber die Allotness, das ist vor allem das Wichtige primär schon mal. Ich glaube, wenn ich uns jetzt so zuhören würde, also einerseits kann ich total nachvollziehen, dass das Ganze so ein bisschen technisch klingt, wie Apps sind, aber andererseits finde ich es wirklich so großartig. Und da erinnere ich mich wieder an, was ich vorhin auf der App gesehen habe. Hier morgen zwischen 10 und 12 Uhr scheint keine Sonne vielleicht mal den Vitamin-D-Haushalt auftanken. Das hatte man vorhin kurz bei der Präsentation von Lea gesehen. Es ist zwar in sich technisch, weil es ja natürlich eine digitale Anwendung ist, aber wie man jetzt auch hier sieht, wir sind ja auch eigentlich, trotzdem, es ist ja eigentlich auch digital und technisch, aber ist hochemotional und hat eine hochemotionale Bindung und hat auch hochemotionale Auswirkungen. Und deswegen an euch bitte noch mal die Bitte gleich hier eure Fragen, ob jetzt zur App oder wozu auch immer, eure Fragen in die Chatbox zu stellen oder zu schreiben. Denn Frau Dr. Rau und Herr Dr. Friedrich wollen natürlich nicht nur meine Fragen beantworten, sondern vor allem natürlich eure. Wir waren gerade beim Thema Zukunft. Dr. Friedrich, was ist denn die Zukunft? Was wird da alles möglich sein? Ich habe vorhin gesagt, die App ist ja quasi eigentlich jetzt live in der Entwicklung. Und da wird ja sicher eine Menge passieren beziehungsweise geplant sein. Absolut. Das Tolle an digitalen Produkten ist, sie sind nie fertig. Es geht immer weiter. Und wir standen in der Entwicklung und stehen in der Weiterentwicklung kontinuierlich im Austausch mit ganz vielen MS-Betroffenen aus der Community. Und großes Dankeschön noch mal auch an alle da draußen, die uns bislang geholfen haben und ihren ganzen Input auch uns in Zukunft geben werden, um eine noch bessere App zu entwickeln. Es kommen ganz, ganz viele spannende Sachen. Frau Dr. Rau hat gerade eben schon mal das Thema Subjektivität, Objektivität angesprochen. Wir erheben ja die Symptome der Betroffenen von MS in der Applikation schon heute mithilfe sogenannter validierter medizinischer Frageböden. Das heißt, das sind schon Daten höchster Qualität, die sozusagen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Dieses Thema objektive Testung von beispielsweise motorischen oder kognitiven Fähigkeiten, was Frau Dr. Rau angesprochen hat, ist etwas, was wir gerade dabei sind, in die Applikation zu implementieren und was ganz, ganz bald live gehen wird. Wir sind demnächst ein zertifiziertes Medizinprodukt, was noch mal wirklich auch noch mal deutlich macht, was wir da für ein Qualitätsanspruch zugrunde liegen. In der nächsten Zeit werden Funktionen zum Medikamenten-Tracking kommen, Reminder-Funktionen, was die Therapie anbelangt. Wir machen kontinuierlich Weiterentwicklungen, was das Design etc. angeht. Also die Reise mit Brisa, aber auch anderen digitalen Apps, die hat gerade erst begonnen. Und das ist wirklich, das ist erst der Anfang. Und ja, wir freuen uns und sind einfach ganz aufgeregt über all die tollen Sachen, die da in den nächsten Wochen und Monaten noch passieren werden. Das sind wir auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich natürlich auch zu den Community-Fragen kommen. Und da fragt Benjamin, gleich als erstes, Frau Dr. Rau, was sind Schübe? Viel drüber gesprochen. Vielleicht sollten wir da auch noch mal eingehen. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich bin immer mal wieder doch sehr erstaunt, dass es dann auch bei Patienten immer Unsicherheiten gibt. Egal wie lange sie schon an der Erkrankung erkrankt sind, wie definiere ich das denn? Und man kann es wirklich so sehen, lieber Benjamin, wenn Sie ein neu aufgetretenes Symptom haben, was Sie bisher noch nicht kannten, oder ein altes Symptom, was Sie schon kennen, verschlechtert sich akut. Und diese Verschlechterung nimmt über die Zeit hinweg zu und ist länger als 24 Stunden vorhanden. Also nicht nur 5 Minuten, nicht nur 10 Minuten, sondern das nimmt zu und ist wirklich länger als ein Tag da. Ja, dann verstehen Sie hierunter einen Schub und kontaktieren Ihren Neurologen oder Ihre Neurologin des Vertrauens, was man tun soll. Natürlich dürfen Sie die Kolleginnen oder Kollegen auch schon kontaktieren, wenn es nur drei Stunden da ist. Das ist vollkommen wirst, weil die Kollegen entscheiden dann zusammen mit Ihnen, wie man dagegen vorgeht oder wie man das einordet. Aber rein definitionsgemäß ist es ein Symptom, was eben nicht verschwindet, sondern sich aufbaut und vorhanden bleibt. Vielen Dank, Marlene. Frau Dr. Rau, wie kommt man als Neurologin zu MS, als Hauptbeschäftigung? Was ist für Sie das faszinierende Besondere an der MS? Also da darf ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich jetzt mal so. Für mich hat die Faszination von der Neurologie im sogenannten Prattkurs in meinem Studium angefangen. Also das heißt, es ist der Kurs, wo wir uns praktisch mit der menschlichen Anatomie beschäftigen und wo wir auch Menschen sezieren. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein ganz tolles Thema, mittags um eins. Aber da haben wir uns auch mit dem Nervensystem beschäftigt. Und ich fand es so faszinierend, als ich mir das Gehirn angeschaut habe. Also das Gehirn ist super schön, muss man ganz klar sagen. Also die Anatomie sieht super schön aus. Und auch die Nervenphasen, die sind so fragil. Und dann habe ich mir gedacht, Menschenskinder, dieses millimetergrose Konstrukt, da wird alles gesteuert. Wenn ich da im Gehirn etwas mache, dann sehe ich das sofort am Körper. Und das hat mich so fasziniert, dass ich in dem Moment gesagt habe, ich werde Neurologe. Und so kam ich mehr oder weniger zur Neurologie. Und dann hat man im Bereich des Studiums natürlich viel Krankheitslehre gemacht. Also das heißt, man beschäftigt sich dann mit den einzelnen Erkrankungen. Und auch da war so Schlaganfall MS für mich zwei ganz große Punkte, die mich schon von Anfang an sehr fasziniert haben, weil es einfach Erkrankungen sind. Beim Schlaganfall weiß man das mittlerweile. Aber vor allem bei der Multiple Sklerose, was so im Wandel war. Also das heißt, wir sind da noch nicht am Ende. Wir haben immer neue Optionen. Wir haben immer neue Forschungsmöglichkeiten. Wir haben ganz viele neue Medikamente. Wir haben ganz viele neue Modalitäten. Und das war für mich ein entscheidender Punkt, mich hier auch zu spezialisieren. Ich habe ein ganz großes Patientengut von ganz jungen Patientinnen, 13, 14 Jahre. Im Bereich der Kinderneurologie bin ich jetzt nicht tätig. Aber ich habe von ganz jungen bis ganz alten Patienten praktisch bis 70, 80 Jahre, die regelmäßig zu mir kommen. Ich kenne sozusagen meine Patienten. Das ist mir auch ganz wichtig, so eine emotionale Bindung. Und das hat man bei den MS-Patienten. Und das war für mich dann der Grund zu sagen, gut, das mache ich zu meinem Spezialgebiet. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, so wie ich das beobachte, eine wahnsinnige Dynamik in dem Feld. Nicht nur bei den Medikamenten, nicht nur bei der Betreuung, sowohl von den Behandlungsteams, aber auch von Patientenprogrammen wie MeinService, über die Angebote von Trotz-MS, sondern jetzt auch in puncto Information, in puncto so einer Dokumentations-App. Und das ist ja mehr als das, wo ich mir vorstellen kann, dass das so ein bisschen der nächste Meilenstein für Sie als Entwickler, Herr Dr. Friedrich, aber auch für Sie als behandelnde Neurologin sein kann in der nächsten Zeit in der Behandlung von MS. Maren fragt, ich habe eine Diagnose erst dieses Jahr erhalten, habe aber das Gefühl, dass mich schon sehr viele Symptome betreffen, nicht erst seit der Diagnose. Ich traue mich aber auch gegenüber Ärzten kaum das anzusprechen, da ich in der Vergangenheit oft nicht ernst genommen wurde. Auch immer wieder ein Thema. Wie kann ich diese Symptome anbringen und Unterstützung im Alltag bekommen? Also ganz wichtig ist es wirklich, es direkt anzusprechen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie es nicht ansprechen werden, dann werden wir dementsprechend auch nicht Maßnahmen ergreifen können in Zusammenarbeit, um diese Beschwerden zu verbessern. Ganz klar ist natürlich erst mal, Beschwerden zu identifizieren, aber das habe ich jetzt so wahrgenommen, dass da jetzt schon eine Alertness da ist, zu sagen, okay, diese Beschwerden herauszuarbeiten. Auch für sich mal versuchen darzustellen, ganz einfach, vielleicht eine Skala von 0 bis 10. Wie stark beeinträchtigen mich die Beschwerden? Sehe ich schon Zusammenhänge zu bestimmten Punkten? Und dann ganz wichtig, sich nicht zu scheuen, keine Scham zu empfinden, auch wenn es manchmal Beschwerden sind, die man vielleicht nicht gar nicht anspricht. Aber dafür ist der Doktor da oder die Ärztin. Vollkommen wurscht, weil wir sind dafür da, uns mit ihm zu unterhalten. Und wenn er das nicht tut, dann würde ich da nochmal einen Dampf reinlassen und sagen, das ist mir aber wichtig. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man schon überlegen, einfach auch als Patient, okay, kann ich zusammen mit diesem Arzt den Weg gehen? Weil da bin ich ganz ehrlich, dann hat man kein gutes Verhältnis. Und dann werden Sie in dieser Beziehung auch für die weitere Behandlung Ihrer MS nicht glücklich. Dr. Friedrich, dazu die Frage, Sie als App-Entwickler, Sie gehen ja da auf die Patienten zu, gehen Sie auch auf die Behandlungsteams zu, damit die, weil ich meine, was bringt es mir, wenn ich fleißig dokumentiere und dann gehe ich zu einem Arzt und der sagt, was ist denn das? Ich habe noch nie ein iPhone oder ein Smartphone oder was auch immer gesehen. Also holen Sie diese Behandlungsteams und die Ärzte auch mit ins Boot. Absolut, von Tag eins. Also zwar ist unser primärer Fokus immer der Patient, weil das ist die Patienten, die Gruppe, für die wir solche Apps entwickeln. Aber die Ärzte, die Behandlungsteams, die Krankenschwestern sind genauso in die Entwicklung einbezogen. Sie werden immer regelmäßig gefragt, beispielsweise, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Daten an Ärzte oder Behandlungsteams geteilt werden können. In welcher Form soll das geteilt werden? Wie kann es euren Arbeitsalltag erleichtern? Wie können wir diese Kommunikationsprobleme, die Frau Dr. Rau gerade auch angesprochen hat, zwischen Arzt und Patient im Einzelfall abbauen? Wie können wir da die Barrieren niederreißen, damit eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet? Weil darum, das ist uns ganz, ganz wichtig, diesen mündigen Patienten, der in der Lage ist, auf Augenhöhe mit dem Behandlungsteam zu kommunizieren. Deswegen, ja, von Tag eins sind Ärzte, Schwestern immer eingebunden. Gemeinschaftsprodukt. Chris fragt Dr. Friedrich, warum soll die App ein Medizinprodukt werden? Nur zur Qualitätsverifizierung oder ist das gesetzlich nötig? Ja, tatsächlich ist es gesetzlich nötig. Natürlich einige der sogenannten Features, also der neuen Eigenschaften, der neuen Dinge, die die App kann, wie zum Beispiel die angesprochene Exportfunktion an Ärzte oder auch diese objektiven Tests, bei denen wirklich objektiv gemessen wird, wie gut funktioniert die Kognition oder die Motorik. Da muss man einfach 100 Prozent sicher sein, dass das die höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, weil da geht es ja schon wirklich ans Eingemachte. Und aus dem Grund hat der Gesetzgeber bei solchen Sachen vorgeschrieben, da sind wir nicht mehr im Lifestyle-Bereich. Das ist keine WhatsApp mehr, sondern das ist dann wirklich ein zertifiziertes Medizinprodukt und deswegen unterliegen die Entwicklung von solchen Applikationen, wie wir das hier machen, ganz, ganz strengen Regeln. Da kommt der TÜV und schaut sich das wirklich zwei Tage lang alles an. Da geht die Dokumentation des sogenannten Codes, also das, was geschrieben ist, durch. Da muss ganz, ganz viel getestet werden, was Sicherheit, was Datenschutz etc. anbelangt. Insofern, ja, da hat der Gesetzgeber berechtigterweise sehr genaue Vorgaben gemacht, wie das zu erfüllen ist. Das ist ja auch manchmal bürokratisch, aber oft auch gut so. Absolut. Diese App hat jetzt schon nach kurzer Zeit für mich einen erhöhten, einen hohen Mehrwert, schreibt Katrin. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die nächsten Schritte. Viele Dinge, die ich in der Entwicklung mitgeteilt habe, sind super umgesetzt worden. Danke dafür. Danke, danke dir. Also, wenn ich du sagen darf, vielen Dank, dass du mit uns das geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass Sie Katrin duzen dürfen und ich kann das nur teilen. Vielen, vielen Dank für diese App, aber vor allem vielen Dank für dieses offene Gespräch. Vielen Dank für mich und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum 5., 6., 7. Geburtstag von Trotz MS und dann mit vielen neuen Möglichkeiten im Umgang mit Multiple Sklerose im Alltag und mit hoffentlich auch vielen neuen Behandlungsmöglichkeiten und vielen Möglichkeiten, die grundsätzlich das Leben erleichtern. Vielen Dank, Frau Dr. Rau. Vielen Dank, Herr Dr. Friedrich.